Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Morix und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auf jeden Fall spielen wir heute wie immer auf dem Mindsuchtzauber Skywars und dann wünsche ich euch viel Spaß. So, dann sind wir in der nächsten Runde mit Hacker, da freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Runde. Ich hoffe, ich habe ihn zu reportet, ich hoffe, dass er noch gebannt wird vor Wikingen kämpfen, aber bei meinem Glück ist er bestimmt auf der Nachbarinsel. Er hat das Spiel verlassen, er wird wahrscheinlich gebannt. Gut, dann kann die Runde ja doch was werden. Der scheint jetzt nicht allzu der Hellste zu sein. Wobei... Ah, doch nicht. Bisschen dumm ist er. Der hier ist der Zombie. Zombie, yeah. Denn der Perle kommt nicht an. So. Ich versuche, so hinter ihn zu kommen, dass ich ihn theoretisch runterknocken kann. Das ist natürlich perfekt. Junge, er ist so ein Lackar. AMK. Ist das in der Ernst? So, da sind wir auf der Map Chora... Choral? Choral? Auf jeden Fall ist die Map neu und ich würde die gerne mit euch ausprobieren. Ich habe jetzt schon, glaube ich, zwei Runden auf E gespielt, aber... Ähm, ja, ja, wir gucken uns das Ganze mal noch gemeinsam an. Äh, ich finde die Map ziemlich eigentlich cool. Mit den Korallen ist es jetzt nichts so Besonderes, außer dass wir Haft-Dia haben. Alter, Alter. Ich meine, wie selten hat man denn bitte zwei Enderperlen... ...und zwei Diabrostpanzer. Ich meine, man braucht sie ja nicht, aber trotzdem... Finde ich... Finde ich heftig. Ähm, dann eignet es sich eigentlich ganz gut, die Mitte anzugucken. Vorausgesetzt, ich treffe natürlich die Enderperle. Zack! Trifft die? Ha, knapp, aber ja. So, jetzt ist er aber da. So. Alter, okay, er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht, aber ich habe ihn besser getroffen. Und dann hauen die Goldapfel rein, auch wenn es unnötig ist. Aber es schadet ja nicht. Es schadet nicht, Leute. Morgen kommt übrigens ein schneller Internet. Dann kann ich endlich längere Videos hochladen, aber... Wobei, wahrscheinlich, wenn ich das hochlade, haben wir schon schnellere Internet. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das mache. In dieser Runde ist einfach mal Platz 4 drinne. So, dann gucken wir mal, was wir dieses Mal aus den Kisten bekommen. Alter, nur ein Helm. Da waren jetzt zwei Enderperlen lieber. So, aber jetzt haben wir auch mal Diabrost. Ich finde den Loot irgendwie ein bisschen OP. Keine Ahnung, warum da so krasse Sachen rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Glück habe. Oder... Ob hier einfach krase Sachen aus den Kisten kommen. Und... Dann schauen wir gleich mal hier rüber zum Glenny-Boy. Lass mich raten, der ist bestimmt in echt... Lein... Da ist er mal. Nein. Oh, ich dachte... Oh, scheiße. Oh, nee. Oh, nein. Was hat er getrunken? Oh, nein. Der ist Platz 4 im Rank. Oh, oh. Easy. 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 Schatten ist 3-Eisenschwert. Easy. Kombo habe ich gedrückt. Dann kurz Heilung rein. So, warte. Jetzt müssen wir noch kurz seine Sachen gucken, ob da was krasses drin war. Aber ich glaube nicht. Daran sieht man schon wieder, dass es bei den Top Ten... Also er hat nicht schlecht gespielt. Er hat einfach getryhardet. Und das ist auch mehr traurig als cool oder so. Da sieht man, dass es da nicht auf Qualität drauf kommt. Weil ich meine, ich habe den jetzt einfach weggekombot. Der konnte da tun, was er will. Der konnte nicht tun, was er will. Und... Komm, komm, komm. Und... Double kill. Double kill. Da hinten kommt schon der nächste. Okay. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh mein Gott! Oh, oh, oh. Nieser anletzt, komm, wo's. Oh mein Gott, alter. Mich die Runde nicht gewinnen. Okay, die Combo war sick. Das müsste schon zugeben. So, dann können wir die Sachen hier gleich verbrennen, damit wir sie nicht wieder aufsammeln. Vier Kills, vier Spieler. Ich schwöre, ich mache noch sieben Kills. Nein. Nein. Da kommt der nächste, der geschlagen werden will. Komm doch. Komm doch, Mann. Komm doch, du kannst... Alter, war die Runde krass. Komm, lass Wasser runter. Komm runter, ich schwöre. Junge, 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 wie er reinhackt. Wie er reinhackt. Lächerlich. Das ist so klassisch. Weißt du? Du haust die übelsten Kombos. Ich meine, er könnte legit sein. Ich weiß es. Aber, ich meine... Es hat ein bisschen an legit gewirkt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!